Musik Gehen wir dort hin, wo wir aufgehört haben. 2. Korinther, 12. Kapitel. Wir lesen Verse 7 bis Verse 10. Dort sind wir letztes Mal hängen geblieben. Und ich glaube, da hat dir, oh Halleluja, der Herr so sehr geholfen, letztes Mal. Denn wir haben darüber gesprochen, letztes Mal. 2. Korinther, 12, 7 bis 10. Dass in Schwachheiten und in Schwächen du jedes Mal frische Gnade hast. Heißt, jedes deiner Schwächen, jede deiner Schwachheiten und Schwächen. Der Herr gibt dir darin jeden Tag neue und frische Gnade. Bin ich der Einzige, der Schwächen hat? Bin ich der Einzige, der Schwächen hat? Unter anderem habe ich Schwächen für schnelle Autos. Unter anderem habe ich Schwächen für Roadster. Und die Schwäche kann dazu führen, dass man sich zu viel damit auseinandersetzt. Und dann ist es nicht mehr gut. Alles, was den Platz des Herrn wegnimmt, ist nicht okay. Alles, was den Platz des Herrn einnimmt, ist nicht okay. Das ist meine Schwäche. Schnelle Autos. Teure Autos. Coole Autos. Und man kann eben sich zu viel damit abgeben. Nun, Schwächen, sagt uns die Heilige Schrift. Und das ist ganz wichtig, dass wir das aus der Perspektive des Paulus betrachten. Schwächen sind dazu da, damit sich Gottes Gnade noch viel mehr offenbaren kann. Bis jetzt hat mir das so angeschaut. Wir haben geschaut und gesagt, nun Schwächen, einmal mehr hat mich diese Schwäche erwischt. Einmal mehr hat mich diese Schwäche, hat sie mich eingeholt. Und ich bin einmal mehr in dieses Loch hineingefallen. Oder in diesen Pfuhl hinein der Schwäche. Und das ist, so reagieren wir, wenn wir in Schwächen fallen. Nun, aber Paulus betrachtet das aus einer ganz anderen Perspektive. Er sagt, dass in jeder Schwäche und in jeder Schwachheit Gott bereits für dich mit seiner Gnade am Wirken ist. Halleluja. Denn das sehen wir hier in diesem wunderbaren Vers vom 2. Korinther 12. Und damit ich mich wegen der ausserordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben. Ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Wir haben letztes Mal genau angeschaut, das war keine Krankheit von Paulus. Es war auch kein Augenleiden und es war keine körperliche Schwäche. Okay? Wir haben das letztes Mal angeschaut, deswegen, man kann das downloaden und im Internet nachhören. Dann sagt er im Vers 8, seinetwegen habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablassen soll. Und der Herr, Vers 9, hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ist das nicht grossartig? Hä? Siehst du, manchmal erwarten wir, nicht manchmal, immer. Wir erwarten eigentlich immer, dass der Herr das Problem für uns löst, wenn wir beten. Manchmal redet er zu dir, lass dir an meiner Gnade genügen. Und wenn wir weiterlesen, sehen wir, was der Grund dafür ist. Warum sagt er das? Warum sagt er das? Warum sagt er nicht, ja, ich nehme dir dieses Übel, ich nehme dir dieses Übel aus deinem Leben heraus. Ich entreisse es aus deinem Leben. Und weswegen sagt das der Herr nicht? Weswegen sagt er nicht, ich nehme es dir weg? Denn Menschen haben den Eindruck, Gott hat nichts getan. Doch, er tut etwas. Er tut das Wichtigste, das er tun kann. Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn wenn wir weiterlesen, sehen wir, was er damit meint. Er sagt nämlich, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Halleluja. Wann bist du am meisten vollkommen, wenn du schwach bist? Halleluja. Religion will uns sagen, dass wir am meisten vollkommen, am meisten auf der Höhe sind, dann, wenn wir stark sind. Stark im Herrn, dann, wenn es uns gut geht, dann, wenn wir Überfluss haben, dann sind wir am meisten vollkommen. Die Bibel sagt etwas anderes. Wir sind dann vollkommen, wenn wir schwach sind. Halleluja. Jetzt schau dir das an. Er sagt, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Halleluja. Du musst zu Ende lesen. Hier ist der Punkt. Christus ist in uns am stärksten, in unseren Schwachheiten, in unseren Schwächen, kommt seine Grade am stärksten in uns zur Entfaltung. Und dann blüht Christus in uns auf. Halleluja. Jetzt schau dir das an. Wenn wir weiterlesen, Vers 10. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark. Was will er uns hier sagen? Er will uns hier sagen, dass wir es nicht aus unserer Eigenleistung heraus schaffen. Amen. Das will er uns hier sagen. Dass wir es nicht aus unserer Stärke, aus unserer Leistung heraus schaffen, sondern dass wir es nur aus seiner Gnade heraus schaffen. Das ist, was er uns hier sagen will. Und jetzt zählt er Dinge auf. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten, um des Christus willen. Hier zählt er ein ganzes Bündel auf. Und weisst du, was für mich herausgesprungen ist? Angst. Das Wort Angst ist für mich herausgesprungen. Und zwar, weswegen kann er sagen, dass er in Ängsten, dass dort die Gnade Gottes am stärksten wirkt. Weswegen kann er sagen, dass er in seinen Ängsten am stärksten auf diese Gnade Gottes zählen kann. Das will ich mit euch anschauen, heute Morgen. Ich will, dass du heute Morgen ein Bewusstsein bekommst, dass Angst für dich kein Grund ist, um Furcht vor Versagen zu haben. Oder um Furcht zu haben, irgendwie vom Herrn zu entgleiten, vom Herrn abfallen zu können. Denn ich glaube, was wir anschauen jetzt in den nächsten Minuten oder Stunden, was wir jetzt anschauen, wird uns ein ganz neues und frisches Bild auf das Thema Angst werfen. Denn viele Leute glauben nämlich, wenn sie in Ängsten sind und wenn sie in Angst sind, dann verlieren sie ihre Beziehung zum Herrn. Oder sie verlieren ihre Stärke im Herrn. Genau in diesen Momenten will er, dass wir erstarken und stark werden, aber trotzdem sind sie da. Trotzdem sind Verfolgungen da. Trotzdem waren für Paulus Misshandlungen da. Trotzdem waren Ängste da. Paulus spricht an verschiedenen Stellen in der Bibel an, dass er in Ängsten war. Aber wir haben das mitbekommen, wenn du in Angst bist, bist du nicht mehr im Glauben. Dann vergiss es. Und dem ist nicht so. Wenn du in Ängsten bist und wenn du in diesen Nöten bist, dann stehst du nicht mehr im Glauben und dann gehen die Dinge bach ab. Aber dem ist nicht so. Halleluja. Und das ist das wunderbar Befreiende, dass wenn wir uns jetzt von dieser Seite anschauen, wo uns die Gnade, wo in dem Moment die Gnade einsetzt, preist dem Herrn, wo in dem Moment die Gnade Gottes einsetzt. In unseren Ängsten und in unseren Schwächen. Halleluja. Dann wird Christus in uns am stärksten. Jetzt schau das noch an. Paulus redet an mehreren Stellen, dass er in Ängsten war. Zum Beispiel diese Stelle. 2. Korinther 6, Vers 4. 2. Korinther. Ah, ich muss einen Moment warten. Ich habe ihm die Stellen nicht geschickt. 2. Korinther 6, Vers 4. Hatte Paulus Ängste? War er in Ängsten? Ja, er war in Ängsten. Hatte er Nöte? Ja, er hatte Nöte. Eine andere Stelle. 2. Korinther 7, Vers 5. Hatte er Nöte? Hatte er Ängste? Absolut. Absolut. 2. Korinther 7, Vers 5. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe. Er hatte sogar Unruhe. Sondern wir wurden auf alle Art bedrängt von aussen Kämpfe von innen. Ängste. Von innen Ängste. Ängste kommen von innen. Von innen heraus. Paulus macht kein Geheimnis daraus. Er war in Ängsten. Er war in Angst und in Ängsten. Aber er hat Ängste überwinden können. Und heute werden wir schauen, wie das möglich ist. Siehst du? Nur weil Angst da ist oder nur weil Furcht da ist, bedeutet das nicht, dass die Sache für dich gelaufen ist. Sondern in dem Moment und in den Momenten will, Halleluja, seine Gnade am mächtigsten wirken in deinem Leben. Halleluja. Und jetzt, mit das im Hintergrund, dass Paulus Ängste hatte und dass er in Ängsten war, mit das im Hintergrund, wollen wir Mose anschauen. Okay? Wollen wir Mose anschauen. Und zwar seine Flucht aus Ägypten. Und zwar quasi als Prinz von Ägypten. Du erinnerst dich, Mose hat einen Soldaten ermordet und im Sand verscharrt. Okay? Und jetzt, wenn wir das aus der Perspektive des Alten Testaments anschauen und aus der Perspektive des Neuen Testaments, machen wir eine interessante Feststellung. Wo finden wir, dass Mose jemanden ermordet hat und dann flüchtet? Wir finden das im zweiten Buch Mose. Wir finden es aber auch in der Glaubensgalerie des Hebräerbriefes. Wie er flüchtet oder wie er Ägypten verlässt. Die Glaubensgalerie im Hebräer 11 nennt all die grossartigen, starken Glaubensmänner. Abraham, Mose, Henoch, Jakob. Das ist die Galerie. Die Ahnengalerie. Die Glaubensahnengalerie. Und im Hebräer 11, ein sehr wichtiges Kapitel in der Bibel, sehen wir, dass es immer wieder heisst, am Anfang, durch Glauben haben sie das und das und das errungen. Durch Glauben ist das und das und das geschehen. Und genau das sehen wir jetzt auch bei Mose. Denn Mose taucht auf im Hebräer 11, Vers 23. Dort beginnt er aufzutauchen. Hebräer 11, das ist der Abschnitt von Mosegalerie. Hebräer 11, Vers 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt von seinen Eltern drei Monate lang verborgen gehalten, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Preis dem Herrn. Sie waren furchtlos und haben das Gebot des Königs, den Erlass des Königs nicht gefürchtet. Vers 24. Wir gehen jetzt Vers für Vers. Hebräer 11, Vers 24. Einfach den nächsten Vers. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er gross geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heissen. Er hätte ein perfektes Leben gehabt, aber er wählte einen anderen Weg, den Weg mit seinem Volk. Stimmt's? Dann im Vers 25. Lesen wir weiter. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Nächster Vers. Vers 25. Da er die Schmach des Christus für grösseren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Denn er sah die Belohnung an. Wir werden nachher sehen, dass er auf Jesus geschaut hat. Nächster Vers. Durch Glauben verliess er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Merkt ihr das? Ohne die Wut des Königs zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Er schaute auf Gott. Stimmt's? Im Hebräer 11, Vers 27 heisst es, durch Glauben verliess er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Ohne Angst, ohne Furcht ging er aus Ägypten. Aber 2. Mose sagt uns etwas anderes. Jetzt schau dir das an. 2. Mose 2, Vers 14. Haltet das in Erinnerung. Ohne Furcht. 2. Mose 2, Vers 14. Sagt uns aber Folgendes. 2. Mose 2, Vers 14. Er aber sprach, wer hat dich zum Obersten und zum Richter über uns gesetzt? Das ist kurz nachdem er den Soldaten getötet hat. Willst du auch mich töten, wie du den Ägypter getötet hast? Da fürchtete sich Mose. Und jetzt kommt der berühmte Spruch aus Apollo 13. Houston, wir haben ein Problem. Da fürchtete sich Mose und sprach, wahrlich, die Sache ist bekannt geworden. Und Vers 15, der nächste Vers, was geschieht jetzt? Und es kam vor den Pharao. Und er trachtete danach, Mose umzubringen. Aber Mose floh vor dem Pharao und hielt sich im Lande Midian auf. Vers 15 verstärkt seine Furcht. Weil erst im Vers 15 weiss er, jetzt geht es um sein Leben. Houston, we have a problem. Im Alten Testament heisst es, Mose fürchtete sich. Im Neuen Testament heisst es, Mose verliess Ägypten ohne Furcht. Ohne sich zu fürchten. Interessant, oder? Auf der einen Seite sehen wir das. Und auf der anderen Seite sehen wir etwas komplett anderes. Offenbar hatte Mose Ängste. Offenbar hatte Mose Furcht. Und Furcht bewegte ihn dazu, zu fliehen. Aber nichts von seiner Furcht sehen wir in Hebräer 11. Dort heisst es sogar, dass er sich nicht fürchtete und aus Ägypten ging. Und jetzt machen wir eine wunderbare Entdeckung. Jetzt machen wir eine wunderbare Entdeckung. Und diese Entdeckung ist simpel und einfach. Da gibt es aber ja noch Jesus. Das oder der, wenn du es komplett nicht mehr auf der Reihe hast. Wenn du am Untergehen bist und am Zweifeln bist und in Ängsten bist, dass es da einen Jesus gibt, der immer noch an dich glaubt. Halleluja. Da gibt es einen Jesus, der nie den Glauben an dich verliert. Und nie den Glauben in dich verliert. Da gibt es einen Jesus, der dir konstant die Hand entgegenstreckt. Der konstant da ist. Jesus wird sich in deinen Ängsten nicht verändern. Jesus wird sich in deinen Zweifeln nicht ändern. Er bleibt immer stabil, auch wenn wir nicht immer stabil sind. Sein Glaube, den er für uns hat und den er auch für uns einsetzt, dieser Glaube bliebt unerschütterlich. Halleluja. Dieser Glaube, den Gott an dich hat, ist unerschütterlich und stabil. Schau dir an, was es heisst im 2. Timotheus 2, Vers 13. Diesen Glauben, den Jesus hat für dich. Und für die meisten Menschen ist das ein neues Konzept. Gott glaubt an dich. Halleluja. Und das ist so wichtig für uns, zu wissen, denn nur so haben wir Vertrauen, dass er hinter uns steht. Nur so haben wir Vertrauen, dass er hinter uns steht. Schau dir das an. Wenn wir untreu sind, und das ist das Neue Testament, so bleibt er doch treu. Es ist nicht gewaltig. Und er kann sich selbst nicht verleugnen. Das heisst, er bleibt stabil. Im Griechischen ist dieses Wort Treue und Glauben dasselbe. Treue und Glauben ist dasselbe. Deswegen sagen wir auch oftmals, Glaube ist Vertrauen. Und es ist dasselbe. Wir können es so lesen, wenn wir untreu sind, so bleibt er uns doch uns gegenüber treu. Wenn wir zweifeln, so bleibt er uns doch gegenüber treu. Wenn wir in Ängsten sind, so bleibt er doch uns gegenüber treu. Und das ist genau das, was einem überwinden lässt, diese Zeiten von Furcht und von Angst. Halleluja. Denn in dem Moment, wo wir es nicht mehr schaffen, setzt seine Gnade ein. In dem Moment, wo wir es nicht mehr auf der Reihe haben, setzt seine grosse Gnade ein. Halleluja. Wenn wir in Ängsten sind, bleibt er stabil. Und so schaut der himmlische Vater unsere Ängste, unsere Furcht durch den Filter des Kreuzes Jesu an. Halleluja. Er schaut, wenn wir in Ängsten sind, wenn wir die schlechten Tage haben in unserem Leben, dann schaut er durch den Filter des Kreuzes uns an. Und am Kreuz sieht er Jesus. Und weil er durch diesen Filter uns betrachtet, sieht er in diesen Momenten, wo wir Ängste und Zweifel haben, sieht er die Stärke Jesu in unserem Leben. Er sieht die Stärke Jesu in unserem Leben. Er sieht in dem Moment den Glauben Jesu in unserem Leben. Halleluja. Und das ist so wunderbar zu wissen, dass in den schwachen Momenten der Vater nicht unsere Schwachheit sieht, sondern Christus. Halleluja. Deswegen sagte Paulus, deswegen rühme ich mich so sehr in meinen Schwachheiten, denn dann bin ich stark. Dann sieht er durch den Filter Jesus Christus. Der Filter ist immer das Kreuz. Denn am Kreuz hat Jesus alles für uns erledigt. Er hat alles gewonnen am Kreuz. Halleluja. Und dieser Filter ist so wichtig, denn in dem Moment setzt sein Glaube, seine Gnade für uns so sehr ein. Halleluja. Viele Menschen sind in dem Moment, wo sie in Ängsten sind oder in Zweifeln sind, sind sie in dem Moment niedergeschlagen und sie verlieren das Bewusstsein, gesegnet zu sein. Sie verlieren in den Momenten von Ängsten und Zweifeln, verlieren sie das Bewusstsein von Gottes Gunst. Okay? Das heisst, in den Momenten, wo ich spüre, wo ich merke, ich bringe sie irgendwie nicht mehr auf die Reihe, dann verliert man das Bewusstsein von Gottes Gnade, Gottes Gunst, Gottes Segnung. Und wenn das passiert, wenn wir dieses Bewusstsein verlieren, dann erwarten wir nicht mehr, dass in genau diesen Momenten Gott trotzdem etwas Gutes tut. In diesen Momenten erwarten wir nicht mehr. Siehst du, wir sollten jeden Tag etwas Gutes erwarten. dass Gott uns etwas Gutes tut. So wie all Robert sagte, God is a good God and today he will do good to you. Gott ist ein guter Gott und heute will er dir etwas Gutes auch tun. Preis dem Herrn. Was für eine Aussage. Aber wenn wir diese Erwartung nicht haben, dass Gott ein guter Gott ist und er eben uns etwas Gutes tun will, weil wir spüren, wir sind da am Zweifeln oder wir sind da in Ängsten, wenn wir diese Erwartung nicht mehr haben, dann sehen wir auch nicht mehr die guten Dinge, die er tut in unserem Leben. Wir verlieren wie die Sichtweise von guten Dingen. Das ist so markant, was wir in unserer eigenen Familie festgestellt haben. Diese Botschaft der Gnade, sie lässt uns die Augen aufgehen, wie Gott in den kleinen Dingen unseres Lebens uns konstant Gunst gibt und uns segnet. In den kleinen Dingen. Gott braucht die Migromini Manias, um unseren Kindern zu demonstrieren, fast jeden Tag, wie gütig und gnädig er ist. Unglaublich. Unglaublich. Letztes Jahr war das. Letztes Jahr waren unsere Kinder auf dem Ice Age Trip. Also sie kennen jeden Ice Age Film in- und auswendig. Letztes Jahr waren sie voll auf Madagaskar. Letztes Jahr voll auf Ice Age. Und das war, wenn es etwas gab, dann war es Ice Age. Ice Age Puppen, Ice Age Bilder, Ice Age Chips, Ice Age Figürchen, Ice Age Gross, Ice Age Klein. Alle möglichen. und sie waren so fixiert auf das und das hat in dem Moment ihr Leben geprägt und Gott nützt solche Momente und solche Situationen um seine Gnade und Güte ihnen zu demonstrieren. So simple Dinge. Genau. Und das war letztes Jahr, da waren wir in der Body und das war genau in dieser Ice Age Zeit. Das war genau, genau. Sommer, Winter, Ice Age. Und wir waren in der Body und brauchen etwas Eisabkühlung. Und neben uns kommt ein Mann und ein einzelner Single-Mann, denke ich, etwa so. 32 so. Er rollt sein Tuch aus und was denkst du, was das für ein Tuch war? Was für ein Badetuch? Die ganze Bunch. Die ganze Ice Age Bunch. Also wirklich, von Manny über sind alle da. Aber du weisst ja sowieso nicht, wer das alles ist. Sit und Manny und Diego. Weil du keine kleinen Kinder mehr hast. Und er rollt das Tuch aus und ich sage dir, unsere Kinder, die sind nebendran. Wow! Wow! Ich sage dir, sie hatten fast einen Wow-Schock. Oh! Und ich meine, in dem Moment waren sie fokussiert auf unseren Badinachbarn. Und der kam natürlich, damit er Ruhe hat. Und so unsere Kinder sagten sie so, wow, woher hast du das Badetuch und so? Und er sagte, er hätte es an einer Autobahnraststätte in Deutschland hätte er es für ein paar Märkli gekauft, irgendwelche Tank-Märkli, Tanke, hätte er das dann für ganz günstig fünf Euro oder so gekauft. Und wir sagten dann unseren Jungs, hey, hey Jungs, wir müssen den jungen Mann jetzt in Ruhe lassen, weil der ist hier, um sich zu erholen, auszuspannen und so. Und wir gingen auf Sprungbrett, wir gingen schwimmen und, 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 und. Und wir waren etwa eine Stunde, waren wir da am Schwimmen und am Sprungbrett und am Planschen und am allem Möglichen. Und der junge Mann, als wir zurückkamen, war nicht mehr da. Aber sein Badetuch war noch da. Und er hat kann ich da ein Jacket haben? Und hier ist das Wunderbare am Ganzen. Weisst du, er hat das Badetuch, das hat er uns nicht einfach so hingelegt, sondern er hat das Badetuch genommen. Er hat es sauber einmal gefaltet. Und er hat es ein zweites Mal sauber gefaltet. Plus hat er es noch ein drittes Mal so gefaltet. Silvana kann es nachher waschen. Herr Bügeln. Hat er es so gewaschen, dass ja, gefaltet, hat er es gefaltet so, dass genau etwa diese Größe von einem riesigen Familienbadetuch noch sichtbar war und es waren alle Köpfchen von den I.I.H. Figuren. Und er hat es so hingelegt und er hat es abgeschreckt, dass es zu unseren Tüchern schaute und er hat es nahe etwa 30 cm, eine Lineallänge an unsere Badetücher herangerückt und er hat es abgedreht, so dass wenn die Kinder vom Baden kommen, sie genau sehen, dass er das für sie dort gelassen hat. So, ich sage dir eins, Gott segne den jungen Mann. Aber das kann nur ein guter Gott. Amen. Das kann nur ein guter Gott. Denn jemand muss dir die Inspiration geben, das so zu falten, das so quasi fast noch zu bügeln und so richtig hinzulegen. Dass man wirklich merkt, liebe Jungs, liebe Kinder, ich will euch hier heute etwas mega Liebes tun und ich will euch das schenken. Und der Mann war nicht mehr da. Ich meine, der war wirklich nicht lange da. Der hat sich ausgezogen, alles mögliche. bis hier. Und ich meine, der hatte seine Tasche dabei. Der Mann sah aus, als ob er den ganzen Nachmittag in der Badie verbringen wollte. Und der war wirklich solch eine kurze Zeit da. Weiss nicht, vielleicht war es ein Engel. Ich habe keine Ahnung. Aber das Ganze lag so lieblich für unsere Kinder da, dass man nur eins tun kann, Jungs, das ist Gunst. So ist Gott. Und die Ice Age Köpfe, einer nach dem anderen, schauen dich an. Braucht Gott so etwas? Hast du es auch schon erlebt? In ähnlicher Art und Weise, vielleicht nicht mit Ice Age oder irgendwie für deine Kinder. Ha, darum sagt ich die Migros, Minimanias und so. Ist genau dasselbe, genau dasselbe. Und das ist das Wunderbare. Dass, wenn wir diese Erwartung haben, er möchte etwas Gutes tun in unserem Leben, dann sehen wir auch diese kleinen Dinge. Und dann sehen diese kleinen Dinge besser aus. Amen. Ich weiss, vorher haben wir von Wunden und Zeichen gehört, aus Lateinamerika, aber das ist genau so ein Wunder. Amen. Denn du weisst nicht, was das in diesen kleinen Seelen von zwei Kindern für die Zukunft alles auslöst. Das weiss nur Gott. Amen. Das brennt etwas in ihre Seele hinein, dass sie mit einem Bewusstsein aufwachsen. Gott ist ein guter Gott. Egal, ob sie mit 20 in Zweifeln sind. Egal, ob sie mit 25 in Ängsten sind, aber sie wachsen mit dem Bewusstsein auf. Gott ist ein guter Gott. Ob es mir gut geht oder ob es mir schlecht geht. Ob ich einen Good Day habe oder einen Bad Day habe. Halleluja. Gott ist ein guter Gott und er ist da für mich. Und wenn es darum geht, schaut er nicht unsere Ängste an und nicht unsere Zweifel, sondern den Glauben Jesu Christi. Halleluja. Hebräer 12. Kapitel Vers 1 bis Vers 3. Jesus ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Hebräer 12 Vers 1 und 3. Jesus beginnt etwas und er vollendet es. Halleluja. Jesus ist der Anfänger unseres Glaubens und Jesus ist der Vollender unseres Glaubens. Und wir laufen in einem Kampf und wir sollen diesen mit Ausdauer laufen. Zweifel und Ängste sollten dich nicht vom Lauf oder aus der Bahn des Laufes werfen. Niemals. Lass dich nie aus der Bahn deines Laufes werfen wegen Ängsten und Zweifeln. Oh, ich glaube, der Herr kann mich nicht mehr segnen und ich habe kein Bewusstsein mehr von seiner Güte und Gnade. Das ist aus der Bahn geworfen. Lass dich niemals von Ängsten aus der Bahn werfen, sondern lass uns hinaufschauen. Vers 2. Siehst du das? That's the key. Das ist der Schlüssel. Und das tat Mose. Er hielt sich an den, den er nicht sah, als er ihn. Das tat Mose. Und weil er das tat, hatte Gott eine Entschuldigung für seine Ängste. Halleluja. Und diese Entschuldigung war der Glaube Jesu. Denn Jesu hat etwas in Mose begonnen und er hat etwas in Mose vollendet. Und mittendrin hat er ihn nicht verlassen, sondern das ist genau das, was Mose getan hat, indem wir hinschauen, aufschauen, auf Jesus, den Anfänger, den Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen. Das Kreuz, er duldete, das Kreuz ist der Filter. Das Kreuz, das Kreuz ist die Brille, die Gott drauf hat. Halleluja. Und er betrachtet dich und mich immer durch dieses Kreuz, durch dieses Kreuz Jesu. Und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat, achtet auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sünden gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Wann verlieren Menschen den Mut? Dann, wenn sie das Bewusstsein verlieren, nicht mehr unter der Gunst Gottes zu sein, dann verlieren sie den Mut. Dann denken sie nicht nur Gott, sondern die ganze Welt ist gegen mich. Und das wird nie so sein. Halleluja. So sollen wir den Mut nie verlieren. Dreimal sehen wir in diesen Stellen hier mit der von Mose, dass wir auf ihn schauen sollen. Indem wir hinschauen, indem wir aufschauen. Vers 2, Vers 3, achtet auf ihn, das ist das zweite Mal, wo wir das sehen. Hinschauen, aufschauen, das erste Mal. Das zweite Mal, achtet auf ihn, looking to Jesus. Und genau das, Hebräer 11, Vers 27, hat Mose getan. In seinen Ängsten und in seiner Furcht hat er aufgeschaut. Halleluja. Siehst du das? Hebräer 11, Vers 27. Ganz am Schloss sehen wir das. Am Schloss heisst es, der auf ihn geschaut hat, denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Looking to Jesus. Mose hat auf den Herrn geschaut. Mose hat auf Gott geschaut. Auf das hat er geschaut. Und das ließ ihn überwinden. Halleluja. Und das ist das Simple und Einfache. Hier ist, was du tust, wenn du herausgefordert bist, mit Ängsten, wenn du herausgefordert bist, in Schwachheiten, dann schaue einzig und allein auf ihn. Look to Jesus. Schaue auf ihn und dann wird seine Gnade in dir mächtig. Halleluja. wie geht das auf ihn zu schauen? Wie geht das auf ihn zu schauen? Jesus, grace, grace, Amen. That's it. Halleluja. Und 20 Minuten später, vor der Situation, Jesus, grace, grace, Amen. That's it. Eine Stunde später, thank you, Jesus, da ist Gnade, Gnade für mich. Amen. Das kürzeste Gebet, das du beten kannst, ist Jesus. Halleluja. Siehst du, aufschauen, auf ihn achten, den unsichtbaren sehen, ist so simpel und einfach. Jesus, ich schaue auf dich. Amen. Halleluja. Und da es so simpel ist, brauchen wir, das ist das Interessante dabei, da es so simpel ist, brauchen wir jahrelanges Training. Weil dein Verstand, weil dein Verstand Wege sucht, wie man die Situation lösen könnte. Kennst du das? Dein Verstand, deine Seele sucht Wege, wie ich es verändern könnte. Und diese Einfachheit von grace, grace, denn das ist das Gebet, das wir aus dem Alten Testament gelernt haben, vor einigen Wochen. Diese Einfachheit von grace, grace, diese muss antrainiert werden. Weil wir viel zu weit gehen in unserer Suche nach Lösungen. Gehen wir viel zu weit. Halleluja. Hinschauen, aufschauen zu Jesus. Wenn du das beginnst zu tun, dann wirst du gewaltige Dinge in deinem Alltag beginnen zu erleben. Halleluja. Dann wirst du gewaltige Dinge erleben. Egal, was es für ein Challenge ist. Egal, mit welchen Leuten du zusammenarbeiten musst. Egal, wie es aussieht. Wenn du das beginnst dann zu trainieren, dann wird seine Gnade beginnen zu wirken. Denn auch das ist eine Form von sich demütigen. Stolz sucht selber. Demut vertraut. Halleluja. Und dem Demütigen wird Gnade gegeben. Lass uns zusammen aufstehen. Halleluja. mit Untertitelung des ZDF, 2020